Peru News heute alles, was sie über Peru wissen müssen. Milena Warton, alle Frauen sind mächtig, gemeinsam sind wir stärker, lautet die Botschaft zum Start ihres Songs Las Chias del Sol. Anden-Pop-Sängerin ignoriert Magalie Medinas Kritik an der Wahl der 50 mächtigsten Frauen Perus. Darüber hinaus veröffentlicht sie heute ihren Videoclip Chias del Sol, den sie mit Eva Ayong und Renata Flores aufgenommen hat. Die Sängerin Milena Warton erklärte, dass sie aufgeregt, glücklich und motiviert sei, nachdem sie zu einer der 50 mächtigsten Frauen Perus gewählt wurde, und minimierte die Kritik von Magalie Medina mit der Aussage, dass dies nicht als Wettbewerb angesehen werden dürfe, denn das sind alle Frauen mächtig. Milena Warton wächst sprunghaft. Nachdem sie mit einer Silbermöwe aus Wiener del Mar in Peru angekommen war, blieb die peruanische Sängerin nicht mit verschränkten Armen zurück. Er hat seine Veröffentlichungen und sein musikalisches Konzept fortgesetzt. Am Samstag, den 26. August, veröffentlichte sie ihren Song Hia's del Sol, der in weniger als zwölf Stunden zum Trend auf YouTube wurde. Die Resonanz, die mein Lied gefunden hat, erfüllt mich mit großer Freude. Zu sehen, wie sich die Leute mit meiner Musik identifizieren und sie mit so viel Enthusiasmus annehmen, ist wirklich erfreulich, sagte Milena Warton gegenüber Info B Peru. Jedes Mal, wenn ich höre, wie jemand die Melodie summt oder seine Gedanken zu dem Lied mitteilt, habe ich das Gefühl, dass es mir gelingt, auf einzigartige Weise eine kraftvolle Botschaft zu vermitteln, bemerkte er mit großer Emotion, als ihm klar wurde, dass sein Lied schnell zu einem der beliebtesten wurde angesehene Videos auf YouTube. Trotz der Kritik, die sie von einigen Kritikern erhalten hat, betont Milena Warton, dass sie über ihre Meinung nicht schweigen wird und diese weiterhin in ihren Liedern widerspiegeln wird, in denen sie Frauen und ihre Wurzeln hervorhebt. Bei der Veröffentlichung dieses Liedes war es mein Hauptziel, ein tiefes Gefühl der weiblichen Ermächtigung in der Musik einzufangen. Ich wollte, dass Daughters of the Sun die Stärke repräsentiert, die aus der Verbindung zwischen Frauen und der Entschlossenheit entsteht, für eine gerechtere Welt zu kämpfen. Das Lied ist eine Erinnerung daran, dass wir gemeinsam die Fähigkeit haben, jedes Hindernis und jede Herausforderung zu überwinden, die auf uns zukommen. Die Gesellschaft ist immer noch mit vielen Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern konfrontiert, und ich hoffe, dass dieses Lied Frauen dazu inspiriert, ihre Stimme zu erheben und sich gegenseitig im Kampf für positive Veränderungen zu unterstützen, sagte sie diesem Medium und bezog sich dabei auf ihr Lied, das sie mit Eva Ayong und Renata Flores aufgeführt hatte. Peru News Today, folgen Sie uns auf Facebook und Instagram.